ja moin sind zusammen herzlich willkommen zurück im nächsten part von 4.3 heute underground hier ja hallo was los alles zusammengestürzt hier hinter uns ja krank völlig krank aber das schild liegt noch hier kann ich das auch so nehmen du könntest das theoretisch auch nicht mal nehmen warte mal ach doch du hältst die waffe trotzdem oder was habe ich die noch ja aber ich habe die gleiche wie eben noch in der hand also das ist jetzt die die ich so habe ist das die gleiche ist das die gleiche vom aussehen oder vom aussehen dass dieselbe würde ich sagen aber wahrscheinlich wenn mein schild kaputt ist ist die waffe auch weg ich kann es dir nicht sagen scheiß drauf ich brauche kein schild jetzt brauchen wir es ja auch nicht genau ich übernehme dann wieder ein jahre so sieht es aus und hier waren ansagen und sehen dann super bahn ansagen habe ich bock ich sehe nichts hier ist gar kein sehenbank da ist eine leiche ob es sei jetzt wer einer das piepen gibt mir so auf den sack ja mann schon gedacht bevor wir die aufnahme gestoppt haben beide tinnitus keine ahnung so muss man wieder rauskommen ich habe nämlich auch gar keinen plan wo genau wir sind ob wir jetzt schon unter dem turm auch ja was ist jetzt passiert btf ich habe gar kein richtiger okay ich bin rausgeportet worden ja irgendwas ist da oben guck mal oben ist das explodiert ich wollte eigentlich da in den einen raum rein da lang noch waffen btf okay ich habe auch gar keinen richtigen ton wir sind noch so ein bisschen benommen von der explosion bestimmt daher auch das piepen macht sinn gehen wir mal durch das steht wer kann das sein ja dann übernehmen doch mal das war es wohl nehme ich hier ein alles wackelt hier nur ich habe so schon kein aim was ist mit euch ich habe echt keinen vernünftigen sound man gerade kann mich nicht nicht es ist ganz komisch gerade ich kann jetzt hier kann mich auch nicht bewegen jetzt ach es alles eingestürzt so hier sind noch ein paar waffen wir sind auch ein paar leute ja nicht mehr lösen sich wieder auf die höhe sind das alles ein mann ja verlangsamt hast du ein level aufstieg ja das ist natürlich schön ausschritt boom mit spinnarkampf soldier was los heutzutage sind wir alle soldaten brüder aus ich verkack hier schon wieder mann ja ich auch ich wollte eigentlich in coolen soldaten kick machen aber irgendwie auf dem boden lang es leidet keine ahnung was passiert ist bin einfach so der ist auch weg ist hinter mir noch was ist hallo ich habe ich alles ein ich wollte gerade sagen ich würde hier nicht feiten wenn die welt zusammen richtet weil ich wird vielleicht auch nicht mit dem kranken psychokiller zusammenarbeiten wollen dass eine mutter ja alles einreißen aber boom who knows bam hier sind so viele scheiß neue waffen alter gerade noch wieder ein sniper pump gun gefunden so eine kacke war es steht so vor dir erstmal sniper headshot mit einer pump was los kranker shit ich habe immer noch so ganz komische tonen das gibt mir übelst auf den sack aber es ist gut dass du das auch hast dann ist das ja ich glaube ich höre sogar manchmal so ein herzschlag kann das sein oder ist das so ich höre mal kurz nee ich glaube das sind ein diese einsturz dinger die ist so dumm das ist regelmäßig ich weiß noch nicht ob es jetzt musikelemente schöne einladung müssen wir überhaupt rein und ein fahrstuhl fahren ich hasse fahrstuhl fahren oder wir haben keinen luftgitter oben ist kein scheiß nico auf rein springen also müssen wir rüber hallo okay schade waren ja auch in den letzten schon fertig ist es eigentlich dran heute mal sehen so was nicht ich war voller vorfreude jetzt ein bisschen motivation alter kann mich auch nicht richtig bewegen okay gas in unsere fresse sehen waren schön das ist das ist ein gutes teil ja rollo nice was passiert da hinten das ist ein scheiß wissen da ist er wurde mama okay ich wir haben so viele parts sind ich frage es immer oder ich sage es immer wieder ich weiß nicht was sie von uns wollen what the fuck schön verbrannt alter ja man und ein verlor dann aber auch noch scheiße wow wenn du denkst auf dem scheiß tag weil du verbrennst verlierst du auch noch beim verbrennen brennen bei mir spricht damit ihr auch ja aber hat er dir dasselbe erzählt also bei mir hat er gesagt du wusstest nicht dass du mit deinem mörderischen bruder eine zelle treibst ja ja okay gut hätte sein können dass sie das war wahrscheinlich das gleiche ist was aber dadurch dass er mit uns redet finden wir auch hier keine lok dateien wahrscheinlich deswegen das kann so in den anderen parts hatte ich ja immer so noch dateien stimmen richtig dafür haben wir diese träume dann quasi als ausgleich exit hallo helikopter absperren ja schon fast wieder vergessen dass sie übernehmen kannst ja ich habe auch diesmal extra nicht übernommen weil ich dachte es bestimmt eine waffe so schnell man schlag oder so wie so neun haben da ja den ich nutze die mal weg was los ja hinter uns taktischer typ ja so jetzt kann ich auch mal eine waffe nehmen ja was ist das denn schönes die ist scheiße ich will die andere ja so hat sich gelohnt super sache na wenigstens konstanz mal austesten ja gar nicht jetzt nicht weiter okay ja ja hier näher auch nicht so waffe wechselt diese lager dann doch hier nee hier ist auch sackgasse natürlich die drehtür ladies and gentlemen die super mutanten soldaten benutzen die drehtür was los okay das ist ein was passiert es ist hier runtergefallen oder nicht sprinten dürfen das wäre das böse rückenschmerzen krass alter alles kaputt man wir sind jetzt der turm ist über uns genau über uns wir müssen nur noch rein irgendwie oder ich kann nicht übernehmen wir sind schon durch guck mal der ist schon da wo wir eben drin bauen irgendwie oder keine ahnung weil ich muss gleich gucken versucht ihr jetzt erstmal hier ja sehr schön so ja stimmt aber wir kamen nicht hoch wir müssen wahrscheinlich noch mal irgendwie einmal rum oder so wir müssen da ja wohl ich brauchst du dann noch voll ab oder fackelt noch ein bisschen und jetzt ist er weg der hat die brand bei dir bei mir gar nicht gebrannt also ja sehr geil okay abgestürzte helikopter das kennen wir alles hier wieder ein wo müssen wir links hier rein ja 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 durchs zelt schön ich kann nicht auch verstärken sie ist schon wieder vergessen ich bin so ein guter bruder seelenband dafür bin ich gut da steht doch einer hinter der mauer denkt ich sehe nicht kleiner und tschüss und die du gehst da rein so ja jetzt gleich mal schön die hofnundrat geben hier irgendeine medizin warum sieht das schon als so räudig aus alter die haben sich eben einrichtet oh alter siehst du das ja lecker oh bitte bewegt euch nicht oh gott ja komm fickt euch hast du es gesehen warum macht man sowas warum kann ich die oh unsere meine freundin neu sind sich ein wer so ich muss ne alle nur okay freudig oh hier geht es ab alter ich glaube auch die jemals explosions tonnen noch ich kann sie nicht übernehmen auf jeden fall was ist mit ihm hier hinten vor mir ist auch noch einer also geht der dicke ich habe noch die hälfte der waffe ist noch aufgeladen die rechte seite rechte seite ich habe kurz alles raus leider keine wenig munition die ist gleich alle ich weiß nicht ob wir den töten sollen oder weg ich weiß es auch nicht okay verpiss ich habe keine mumpel mehr für die waffe für die elektrowaffe scheiße hier links kommt er raus oder ich glaube er ist dahinter oder ich weiß es nicht sind überall leichencontainer alter was ist hier passiert man hier sind hier die freaks alter ich fand es aber sehr interessant dass er versucht hat uns zu provozieren so eins es wird granate reingelegt vorsicht vorsicht granate ach komm mal der haut ab ich weiß nicht ob ich so viel mumpeln habe da vorne ist doch irgendwas ich weiß nicht ob wir hier durch müssen oder nicht ab und zu kommt ja auch mal noch ein normaler soldat ich kann doch nehmen hast du ihn ja mann aber was kann ich jetzt machen sie haben den face command geil alter digga alter die waffe aber was kann ich jetzt machen jetzt bricht panik jetzt geht es richtig ab hier ist noch einer jetzt schön wieder pump kann drauf rotzen einer gleich wenn er wo 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 das was wieder mit barn kann er wird langsam durchsichtig kann man zu sagen aber hier ich steppe ich brauche echt gleich ich muss mal hier in deckung gehen die frage ist jetzt natürlich was passiert wenn ich eine rüstung darum jetzt leuchtet er nicht so schön von wo alter hinter mir tauchen überall auf wieder ich bin da und ich bin da und ich bin da und ich bin auch gleich wo bist du hinter dem container hinter dem dicken er verpisst sich wir haben zeit ein bisschen dabei das war der zweite ranaten fliegen hier rum ich kann auch kein wieder nehmen ich konnten auch einfach töten indem ich danach freigegeben habe was steht da wo ist ich brauche ein paar aufladung alter drüben ist er guckt jedes mal an hier bitte was ich kann ich wieder nicht in die granate ja weil das schild noch da ist ach so und noch einer was geht hier hat man die mumpeln reichen nicht mal ansatzweise aus der mann hier sind schon überall waffenkisten ausreichend von ich frage jetzt bin nicht da und wo bist du da richtig reutig man müssen wieder irgendwas machen das kann das ist doch nicht ihr ernst so lange können wir da noch nicht brauchen junge 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 jetzt enter machen winter auswahl kontrollpunkt laden ja was wir haben jetzt wieder auch das problem dass ich halt bei sowas auch nicht wie gesagt kriege diesen timer dass ich ihn neu übernehmen kann das heißt er startet direkt hier das ist die zweite phase wo wir den schon übernommen hatten ja mal gucken ja so nehmen kann ich ihn tatsächlich nicht ich habe noch meinen elektro nehmen schon finde habe ich schon nur noch zwei jahre die hauen richtig rein alter oder müssen wir echt rüber du not cross da stand auch was als die commander hatte irgendwie nicht ja halt nicht mach ich muss mal kurz die kleinen hier niedermetzeln die haben mich immer weg weg gehauen versuche ich mich gerade so ein bisschen hier zu regenerieren alter wir können ja auch noch mal neue wege öffnen ich bin schon wieder da und alter scheiße hier kein kriege es geht einfach nicht aber guck mal wie schön ich krabble mal dass sie hier um die ecke kommen kannst wenn er sind halt echt überall versuchen abzuhalten okay ich muss kurz um die ecke hier alter steht kraft kommt auch mal so ich habe jetzt wieder voll oder teilweise kannst du mir ein schild geben das können wir mal versuchen ja okay der verpist sich fackmann was ist das das war die zu den sprengfässern locken oder so wodurch kriegen die schaden impulsgranaten ja ich glaube so elektro ich habe gewandt hier scheiße wie konnten wir konnten den vorhin dann nehmen alter wo kann ich den granaten wechseln alter das ist eine verdammt gute frage ich weiß einfach noch mal ein paar granaten auf die drauf oder doch der wird wieder durchsichtig ich kriege nicht jetzt hat er mich der eine was ist das hier für ein fight man what the fuck jetzt kommt der nächste hier rein alter ich kann ich ihn nicht nehmen vor allem ich habe gleich doch ein paar mumpeln habe ich noch jetzt 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 der andere ich bin da auch nach der ist hinter mir aufgetaucht aber sich die blog das kann noch nicht sein was sie für ein feier ich muss kurz laufen ich muss kurz laufen ja ich bin zu krabbeln ich komme zu dir ja okay das heißt egal ich muss wieder weg kannst du übernehmen ja gott sei dank einer okay der ist auch da mit seiner rüstung wo es da links 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 boom 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 laun oder jetzt jungen ach das ist das was gebollert hat okay alter feit ist ja tausend auf jeden fall jetzt wollen wir so einen speicherpunkt auf jeden so da ist ja wohl ja in sequenz noch schön jahre schick oder blister und shit danke bitte aber ich stelle nicht so an wer dich da jetzt hochgeschickt wir haben taktik punkte du hast null begabung ich habe keine ahnung warum aber gut ja nächstes kapitel im nächsten part wollte ich sagen freunde und bis dahin verabschieden wir uns haut rein bis dahin macht's gut